Ihr wollt, Aufzeichnung läuft. Damit ein ganz herzliches Willkommen an diesem Sonntagnachmittag, das geht auch zur Aufzeichnung, zu unserem DHH-Online-Seminar. Ich freue mich sehr, dass heute zwei Referenten in Ostorfkirchen zugeschaltet sind. Das sind die Gabi Leithäuser links im Bild und die Jeanette Klase rechts im Bild. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid heute. Wir haben das Thema Pflegeeinstufung gleich von der Gabi als Vortrag und dann später häusliche Versorgung und Pflege bei der Handlingenkrankheit von Jeanette. Ansonsten soll das heute ein Mitmach-Online-Seminar sein. Wir wollten das ursprünglich machen, sozialmedizinische Themen und Praxisbeispiele. Die Gabi Leithäuser ist in Ostorfkirchen im Handlingzentrum dort. Die Sozialarbeiterin kennt sich auch mit Schwerbehinderung, Beantragung, mit Rentenbeantragung, allen anderen Themen bestens aus. Und die Jeanette Klase ist dort die Leiterin der Handlingstation N1, kann rund um Pflege alles andere auch noch beantworten. Von daher schön, dass ihr heute dabei seid. Ich mache zur Einleitung kurz ein paar technische Hinweise und dann tauchen wir in das Thema ein. Am Ende habe ich noch ein paar Informationen dabei, wie sie Infomaterial bei DHH passen zum Thema, was sie da finden können und wie die Ansprechpartner sind. Ende 16 Uhr, das kann abhängig sein von den Fragen, ob wir früher schneller durchkommen, das lässt sich nie so genau vorhersehen. Aber so viel Zeit haben wir uns erst mal vorgenommen, Zeit für sie zu haben. Dann in diesem Online-Seminar sind Sie als Teilnehmer, sind Zuschauer. Dennoch wünschen wir uns ganz viel Interaktivität, besonders heute, dass Sie da mitmachen. Und dafür steht Ihnen am unteren Bildschirmrand, wenn Sie Ihre Maus mal bewegen, kommt so ein F&A-Knopf zum Vorschein. Da können Sie Fragen eintragen, schreiben. Und diese Fragen können wir dann sehen und der Reihe nach beantworten. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Name sichtbar ist, dann können Sie auf diesen Haken klicken, mit anonym senden und dann kommt die Frage genauso bei uns an und wird dann beantwortet werden. Was wir auch jetzt gleich am Anfang machen, sind Umfragen, damit wir ein bisschen mehr einen Einblick bekommen, wer sind denn die Teilnehmer heute? Werde ich gleich was freischalten, damit wir ein bisschen einen Einblick bekommen, wer ist denn heute dabei? Und meine erste Frage dazu schalte ich jetzt an. Ich würde gerne von Ihnen wissen, einfach auf das Häkchen drücken, was für Sie zutreffend ist. Aus welchem Bundesland kommen denn die Teilnehmer heute? Jetzt lasse ich einen Augenblick stehen und dann gucken wir mal, ob es da heute einen Schwerpunkt gibt, woher die Leute kommen, woher nicht. Ja, einen warten wir noch. Okay. Jawohl, das nehmen wir. Moment, das zeigt Ihnen jetzt auch das Ergebnis. So, also heute kommen die Teilnehmer aus dem kompletten Bundesgebiet mal wieder. Die meisten heute aus NRW, gefolgt von Bayern. Wir haben heute keine Teilnehmer aus Berlin, Brandenburg und auch noch die Hessen. Die haben wahrscheinlich zu gutes Wetter heute. Dann würde ich gerne noch wissen, in welcher Altersgruppe sind die Teilnehmer heute? Wenn Sie da sich mal einsortieren, damit wir einen Einblick bekommen. Okay. Ah ja, gut. Ich zeige es Ihnen auch gleich, für was alle antworten wir. Das nehmen wir mal. Jawohl. Okay. Also da sieht man heute, wir haben von 30 bis über 60-Jährigen dabei. Der Schwerpunkt der 50-Plus-Generation. Okay. Alles klar. Danke dafür. Da haben wir ein Bild davon, wer heute dabei ist. Und meine letzte Frage, damit ich gleich übergehen kann, zum Vorstand der Deutschen Huntington Hilfe. Einmal die Frage in die Runde, wer ist denn heute Mitglied in der Deutschen Huntington Hilfe und wer nicht? Ich erwarte, was ähnlich ist, weil es ja gleich ein ähnlicher Teilnehmer ist, wie gestern. Okay. Alles klar. Okay. Das ist sehr, sehr eindeutig. Alle, die heute dabei sind, sind Mitglied. Das ist ja auch toll. Sehr schön, dass ich überzeugen konnte. Wir haben diese Online-Seminare sind frei für Mitglieder wie nicht Mitglieder. Dann mache ich die nächste Seite ganz, ganz schnell, weil ich habe jetzt was dabei. Was sind, was spricht für die Deutsche Huntington Hilfe? Was sind wir? Was tun wir? Wir sind die Selbsthilfe Organisation Interessenvertretung der Huntington Familie in Deutschland. Uns gibt es seit 1970 bundesweit regional vertreten mit einer zentralen Beratungsstelle in Duisburg, wo man anrufen kann, Montag bis Donnerstag und sich beraten lassen kann. So ist es angeboten. Wir hören neben Treffen, Infoveranstaltungen. Wir haben einmal im Jahr, so uns das Corona keine Schrift durch die Rechnung macht, eine Jahreskonferenz, bringen den handhinkenden Kurier heraus, als unsere Vereinszeitschrift mit vielen Informationen rund um die Erkrankungen, Neues aus der Forschung und so weiter. Mitglieder haben Vorteile bei uns, weil sie bekommen, den Kurier nämlich nach Hause geschickt oder per PDF. Günstiges Zugriff auf das Infomaterial oder bei Veranstaltungen. Wir haben jetzt auch einen Corona-Fonds aufgelegt. Für Menschen, die jetzt in dieser Zeit in Mitleid und spezielle Not geraten sind, können bei uns ganz unkompliziert einen Antrag stellen. Ja, alles andere Vorteile können Sie ja nachlesen. Und vor allem das Wichtige ist, je mehr Mitglieder wir sind, umso stärker ist unsere Stimme als Verein gegenüber Organisationen und Verbänden. In der Weihnachtszeit möchte man darauf hinweisen, ich mache keine Werbung für Amazon, aber wer in der Weihnachtszeit bei Amazon einkauft, kann über einen kleinen Trick, nämlich bei smileamazon.de einkaufen und dann wird ein Teil der Einkaufssumme an die BHH überwiesen. Erhöht nicht Ihren Einkaufspreis und Sie bekommen auch keine Spendenquittung. Das Geld kommt direkt von Amazon zu uns aufs Konto und darüber freuen wir uns sehr. Ich mache keine Werbung für Amazon. Wer das heute nutzt, kann über einen kleinen Trick uns daran partizipieren lassen. Das war es, was ich zur DHH sagen wollte. Damit komme ich jetzt schon zu meinen beiden Referenten an meiner Seite, die Gabi und die Janett. Wollt ihr erst mal was zu euch sagen, mache ich euch einmal groß und dann könnt ihr mal was zu euch selber sagen und dann steigen wir in den Vortrag zunächst von Gabi ein, kommen dann zu den Fragen und dann geht es mit Janett weiter. Okay, also mein Name ist Gabi Leithäuser. Ich bin seit 35 Jahren Sozialarbeiterin in der Psychiatrie und seit ungefähr 30 Jahren habe ich mit Handhinkenpatienten zu tun. Von der Testung ganz frisch bis hin zur schweren Pflegebedürftigkeit. In allen Phasen der Erkrankung werden Patienten bei uns im Handhinkenzentrum betreut, behandelt, ambulant, stationär und ich war schon mit Professor Dose immer da dabei. Der hat mir auch die ganzen Dinge auch beigebracht. Später dann mit jeder Rechtsformänderung, auch ich ihm, muss ich jetzt auch sagen, er war da immer willig, besonders wenn es um Atteste ging und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Schwerpunkt meiner, meines Vortrags dann heute. In Anbetracht der Corona-Lage jetzt gibt es ganz viele Geschichten wie zum Beispiel die Pflegeeinstufungen und so weiter, dass früher ja diese Begutachtung live vor Ort war. Das Ganze wird jetzt ja nach Aktenlage begutachtet und da gibt es auch einige Dinge, die man gut berücksichtigen muss, wenn man Dinge schreibt, wenn der Begutachter vor Ort ist. Es ist manchmal einfacher, dem was zu erklären, wie wenn das Ganze schriftlich abläuft, aber da kommen wir dann später dazu. Also ich bin die Janett Glasl, arbeite seit 1999 hier im Haus im Isar Ampa Klinikum, habe seitdem mal Kontakt mit Handhinkenpatienten. Seit 2010 bin ich direkt im Handhinkenzentrum. Ja, habe letztes, beziehungsweise dieses Jahr die Leitung übernommen, weil der Herr Limpert sozusagen in die PDL aufgestiegen ist und wir bauen jetzt zusammen mit Ulm eben das alles neu auf. Wunderbar, soviel da. Dann zeige ich jetzt, Gabi, deine Folien zum Thema Pflegeeinstufung. Ja, genau. Das ist jetzt noch das Deckblatt. Pflegeeinstufung, seht ihr das? Ja, ja, hier seht ihr das. Du sagst mir immer, wenn ich weiterklicke und dann komme ich zur nächsten Inhaltszeile weiter. Alles klar, dann, wenn du darfst. Ach, hast du das wunderschön gemacht. Viel schöner wie ich. Danke, Michaela. Genau. Also, es ist sehr schwierig, manchmal die richtige Pflegeeinstufung in den richtigen Pflegegrad für Patienten mit der Handhinkenkrankheit zu bekommen. Es gibt Gutachter, die alleine deswegen, weil diese Handhinkenkrankheit ihnen von Ferne bekannt ist, auch sehr geneigt sind, höhere Pflegegrade zu genehmigen. Es gibt aber auch Gutachter, die dann sehr pingelig sein können. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Bei jeder Pflegeeinstufung, auch bei diesem Pflegeantrag, also bei dem Antrag auf Pflegeeinstufung, sollten verschiedene Dinge gleich mitgeschickt werden. Zum Beispiel die Arztberichte, Berichte aus Werkstätten oder auch dieses berühmte Pflegetagebuch. Was wichtig ist, ist die Anamnese auch, dass der Patient selbst, wenn er dazu in der Lage ist, noch was von sich selber schreibt. Auch die Berichte von pflegenden Personen und so weiter und so fort. Was ganz wichtig ist, was in früheren Zeiten, wenn der Gutachter sozusagen live vor Ort war, immer nicht so berücksichtigt worden ist. Was aber unbedingt erwähnt gehört, sind diese tagesformabhängigen Besonderheiten. Es gibt Patienten, die morgens besser drauf sind, zum Beispiel, aber abends mehr zu Verwirrtheit leiden, neigen. Oder es gibt Patienten, die morgens Antriebsstörungen haben und dafür abends besser drauf sind. Diese tagesformabhängigen Geschichten sind auch sehr wichtig, dass sie auch erwähnt werden, auch erklärt werden, eben auch mit diesen pflegebegründeten Diagnosen. Und das ist der nächste Punkt. In Anbetracht dessen, dass in diesen Corona-Zeiten viele Anträge nur per Aktenlage abgearbeitet werden, tritt immer mehr diese Diagnostik des Arztes in den Vordergrund. Je mehr Diagnosen dieser Arzt erstellt, desto einfacher ist es für Menschen, die nur das Papier sehen und nicht den Patienten auch korrekt eine Pflegeeinstufung zu machen. Auch zum Beispiel diese kognitiven Geschichten, dass man dieses Zusatzgeld, ich glaube, 126 Euro im Monat sind, dass man die auch bekommt. Deswegen ist es ganz wichtig, diese pflegebegründeten Diagnosen mit dem Arzt auch vorher abzusprechen. Viele Ärzte denken, es ist ausreichend, wenn man Korea-Handhinken draufschreibt. Der Rest würde sich von selber erklären und das ist es leider nicht. Die Korea-Handhinken-Patienten, das ist so ein weites Spektrum. Jemand, der frisch diagnostiziert ist und vielleicht ein leichtes Zucken in der Hand hat, ist schon Korea-Handhinken-Patient. Und jemand, der Pflegegrad 5 hat mit PEG-Sonde, ist auch Korea-Handhinken-Patient. Deswegen ist es wichtig, diese pflegebegründeten Diagnosen auch gut zu erklären und gut dem Arzt auch zu vermitteln, was der da reinschreiben soll. Aber da komme ich später dann noch mehr detaillierter drauf. Der nächste Punkt sind die vorhandenen Hilfsmittel, die angegeben werden müssen. Die müssen deswegen angegeben werden, weil durch verschiedene Hilfsmittel sich diese berühmten Minuten verändern können. Je mehr Hilfsmittel, desto mehr kann oder muss der Begutachter davon ausgehen, dass die Minutenwerte, die der Patient persönlich an Hilfestellungen braucht, sich eventuell verringern. Was aber nicht immer so ist. Jetzt habe ich diesen Lifter zum Beispiel erwähnt bei einem pflegebedürftigen Patienten. Es klappt nicht immer. Der Lifter an sich ist ein gutes Hilfsmittel. Wenn der Patient aber körperlich unruhig ist, Angstzustände hat, weil dieses Ding ja auch schwankt, das muss man dann auch erwähnen, auch wenn man dieses Hilfsmittel hat, muss man erwähnen, dass das leider nicht immer so klappt, wie es vom Hersteller oder wie es vielleicht in den Köpfen von manchen Medizinern auch drin ist. Also das kann nicht immer so klappen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Die Versorgungs- und Wohnsituation muss angegeben werden, aber das versteht sich von selber und auch die Präsenz der Hilfeperson. Wie viel Aufwand hat man täglich, wie oft muss man täglich nachschauen, wie viele Minutenwerte werden da tatsächlich gebraucht. Das ist aber das Typische, diese relevanten Geschichten, das gab es schon immer und das ist jetzt auch nichts Neues. Beim gutachterlichen Befund müssen auch Aussagen zum Ernährungszustand da sein. Es gibt ja diesen berühmten Body-Mass-Index. Bei uns in der Klinik gilt ein BMI, also Body-Mass-Index, unter 18,5 als Kachexie, das heißt Mangelernährung, Untergewicht. Da würde ich Sie bitten, das auch dann immer anzugeben, wie der Patient gerade ernährungstechnisch so beieinander ist. Und diese Kachexie ist auch eine pflegebegründende Diagnose. Das bitte auch immer im Hinterkopf zu haben. Auch der Kräftezustand ist wichtig. Manche Patienten sind ja auch aufgrund einem schlechten Ernährungszustand auch sehr kraftlos, sodass zum Beispiel diese Transferleistungen, die für die Pflegenden zu Hause sehr wichtig sind, kann der Patient sich noch selber oder mithelfen, kann er noch stehen beim Wechsel vom Inkontinenzmaterial, kann er noch mithelfen, einen oder zwei Schritte zu gehen, kann er noch stehen, kann er sich selbst vom Rollstuhl ins Bett begeben. Dieser Kräftezustand ist auch zu erwähnen, eben mit diesem Hintergrund immer zu bedenken, was muss die Hilfsperson leisten und deswegen ist der Kräftezustand wichtig. Auch der Pflegezustand ist wichtig. Welche pflegerischen Unterstützungsmöglichkeiten haben wir, hat die Pflegeperson und benötigt der Patient auch. Zum Beispiel ist es sehr, sehr häufig, dass Patienten mit der Handhinkenkrankheit auch so Hautausschläge bekommen, Neurodermitis-Geschichten, das ist euch allen ja bekannt, ganz trockene, schuppige Haut, auch hier wird das als Zusatzdiagnose benötigt, um dann den höheren Aufwand der Pflegeperson zu rechtfertigen, dass man den halt am Tag dreimal zum Beispiel eincremen muss. Dass nicht einmal eincremen reicht, sondern dreimal vielleicht sogar viermal eincremen muss. Und das ist keine Ausnahme bei Handhink-Patienten, das sehen wir in der Klinik sehr, sehr häufig, eben diese ganz trockene, schuppige Haut, sondern es ist im Gesichtsbereich, bei der Nase, aber auch bei den Ellenbogen. Dann auch mit diesen Auffälligkeiten und Besonderheiten bei der Handhinkenkrankheit, sich nicht scheuen, das alles auch anzugeben. Wenn der Patient da noch mitwirken kann, kann es sein, dass der Patient bei der Begutachtung, wenn die live vor Ort war, was sie jetzt nicht ist, aber es kann ja wieder kommen, dass der Patient dann sagt, zum Beispiel, das kann ich ja alles selber oder da brauche ich ja niemanden. Das sollte man vorher mit dem Patienten ganz klar auch besprechen, mit welchem Hintergrund auch der pflegende Angehörige diese Dinge auch erwähnt. Unbedingt vorbesprechen mit dem Patienten, weil der steht sonst da und fühlt sich bloßgestellt in so einer Begutachtensituation. Und das ist nicht förderlich für die Compliance später und sollte auch nicht sein. Und man muss das auch mit dem Patienten besprechen. Wir sagen da immer, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Je nachdem, wie ich es beschreibe. Der Zustand ist, dass das Glas halb gefüllt ist. Wenn wir was erreichen wollen, wo das Glas geschickterweise halb leer ist, dann wird dieses halb leere beschrieben, sprich was nicht geht. Wenn wir was erreichen wollen, wo es auf Ressourcen ankommt, dann ist das Glas halb voll und dann wird dieses volle Teil praktisch ausgeschmückt und beschrieben. Und zwar gilt dieser Grundsatz auch bei Beantragung von Reha-Maßnahmen, bei Beantragung von Renten und so weiter. Wichtig ist es, dass es den Patienten so gut wie möglich klar gemacht wird, warum besondere Dinge und Auffälligkeiten so beschrieben werden, dass das Glas dann eben halb leer ist, was er alles nicht kann. Wie zum Beispiel einen Knopf zu machen. Gibt es natürlich auch Reißverschlüsse oder sonst irgendwas. Man kann sich behelfen. Aber wenn es jetzt gerade wichtig ist für das Erreichen eines bestimmten Pflegegrades, dass ich noch fünf Minuten täglich beispielsweise brauche, dann erwähne ich das natürlich, dass der Patient Störung der Feinmotorik hat und deswegen die Knöpfe nicht so machen kann. Oder auch die Schnürsenkel nicht mehr binden kann. Was manchmal dem Patienten jetzt nicht so, der Patient findet es jetzt nicht so toll, diese Dinge, dass die erwähnt werden. Aber das sollte man erwähnen und sollte man auch mit dem Patienten vorher besprechen. Wenn wir Ressourcen beschreiben, zum Beispiel, dass der Patient schlecht sieht, aber eine Brille trägt, so ist es vorgegeben, dass man auch die Dinge so beschreiben muss, geht es natürlich auch darum, bleibt die Brille auf der Nase wegen der körperlichen Unruhe. Solche Dinge. Verlegt sie der Patient, weil er kognitive Beeinträchtigung ist, findet er die Brille, findet er die Brille nicht. Diese Dinge werden auch oder sollten auch beschrieben werden und auch mit einer Begründung. Wie zum Beispiel, also bei einer normalen Pflegebegutachtung von einem, was weiß ich, halbzeit gelähmten Patienten, der es schlecht sieht, das gäbe wieder mehr Minutenwerte. Dieses schlechte Sehnen wird kompensiert durch die Brille, dann sieht er wieder besser. Das heißt, er kann bestimmte Dinge doch selbst erledigen. Beim Hunting-Patienten kann er sehen, dass die Brille in der Gegend rumfliegt, dass er die Brille verlegt, nicht mehr findet und dann habe ich auch wieder mehr Minutenwerte. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind Dinge wie Fixierungen. Es ist ein nicht so schönes Wort, es ist aber manchmal notwendig. Unter Freiheitsentziehende Maßnahmen verstehen wir auch das Hochziehen von Bettgittern. Zum Beispiel bei vielen Pflegebetten, die auch zu Hause angeliefert werden, sind die Bettgitter auch vorgesehen. In der Regel sind die geteilt Bettgitter oben, Bettgitter unten. Je nachdem, wenn ein Bettgitter nur oben ist, gilt es nicht als freiheitsentziehende Maßnahme. Wenn das Bettgitter die obere Hälfte und die untere Hälfte, wenn die hochgeklappt sind, ist es eine freiheitsentziehende Maßnahme, die auch zu Hause mit Einverständnis des Patienten durchgeführt werden kann. Ich habe da auch mal mit dem Richter darüber diskutiert, ob das dann auch genehmigungspflichtig ist. Und er sagt ganz klar, was zu Hause passiert, bleibt zu Hause. Man geht immer davon aus, dass der Pflegende das Ganze mit dem Bevollmächtigten auch abspricht und das Ganze mit dem Patienten wieder besprochen wird. Es gibt auch Patienten, die es gerne haben wollen, dass das Bettgitter oben ist. Weil sie sich da sicherer fühlen, dann kullern sie nicht raus und solche Sachen. Aber auch das muss festgestellt werden und muss erwähnt werden. Jetzt kommen wir zu einem Worst Case. Diese Zusatzdiagnosen, die ich vorher schon erwähnt habe, wie wichtig die sind. Es ist schwierig, auch leider muss ich sagen, Ärzten klarzumachen, wie wichtig Zusatzdiagnosen sind. Bei jeder Pflegebegutachtung. Ein Beispiel, jemand, der Diabetes hat, Altersdiabetes, das ist keine pflegebegründende Diagnose, wenn die Diabetes für sich alleine steht. Sobald aber eine kognitive Beeinträchtigung, eine Demenz, Alzheimer-Demenz, Demenz nach Schlaganfall oder sowas dazukommt, ist Diabetes eine pflegebegründende Diagnose, weil jemand, der kognitiv beeinträchtigt ist, nicht auf seine Zufuhr von Ernährung achten kann. Der kann rumgehen, der kann sich Schokolade nehmen. Das heißt dann, in Kombination dieser zweier Diagnosen ist es pflegerelevant und deswegen auch zu erwähnen. Wie gesagt, wenn nur Diabetes dort entsteht, bringt das gar nichts. Wenn Diabetes plus Demenz dasteht, gibt es ganz, ganz viele Minuten, welche Punkte, weil der Patient überwacht werden muss. Man muss gucken, wann wird Blutzucker gemessen, was hat er gegessen, was hat er nicht gegessen eventuell, wie ist die Trinkmenge und diese Sachen. Die Pflege, also diese Zusatzdiagnosen, habe ich einmal welche rausgesucht. Bei kognitiver Beeinträchtigung kann es sein oder sollte es sein, dass die Patienten diese Testbatterie mal gemacht haben. Also bei jeder Enroll-Studie ist diese Testbatterie automatisch dabei. Wenn Sie da bei den Enroll-Sachen dabei sind, dann können Sie sich dann auszugeben lassen und diese kognitive Beeinträchtigung sich attestieren lassen. Was ganz, ganz positiv sich auswirkt für die Pflegeeingruppierungen. Allein, wenn man jetzt eine Auffassungsstörung nimmt, die mit einer kognitiven Beeinträchtigung begründet ist. Eine Auffassungsstörung heißt für Pflegende, dass ich Dinge mehrfach erklären muss. Dass ich Dinge nicht voraussetzen kann, die für jemanden ohne kognitiver Beeinträchtigung eigentlich selbstverständlich sind. Und daraus resultieren wieder mehr Minutenwerte, weil ich Dinge öfter sagen muss. Weil ich Dinge erklären muss, anders erklären muss, wie vielleicht für einen geistig ganz gesunden Menschen. Kann eine Merkfähigkeitsstörung sein. Ich kann, was weiß ich, da kommen wir dann auch dazu, bei vielen Dingen, wenn ich mich wiederholen muss, wenn ich Dinge dem Patienten zeigen muss, zum Beispiel beim Zähneputzen, die Zahnbürste zeigen muss, dann erkennen sie die Zahnbürste als solche. Wenn ich aber nur sage, wir gehen jetzt Zähneputzen, kann es durchaus sein, dass das nicht so akzeptiert wird. Deswegen, wie gesagt, viele Patienten sind ja in diesen Enrollstudien dabei oder waren zumindest schon mal ansatzweise bei irgendeinem Psychiater oder Neurologen. Mit dieser Testung der kognitiven Beeinträchtigung kriegt man mehr Minutenwerte und zwar bei durchgehend eigentlich allen Punkten. Dann ist wichtig, auch diese organisch-affektive Störung zu erwähnen. Eine organisch-affektive Störung mit Begründung durch die Hand hängende Erkrankung kann sich auch in vieler Weise äußern. Es kann eine Depression sein, das können Ängste sein, Reizbarkeit, Aggressivität oder auch eben diese berühmte Antriebsstörung, dass Patienten mit der Hand hängenden Erkrankheit viel rumsitzen, vor sich hin träumen, fünfmal angesprochen werden müssen, jetzt habe ich das Frühstück hergerichtet, magst du zum Frühstücken mitkommen? Ja, ja. Und schaffen aber diesen Impuls nicht, dann aufzustehen und direkt zu frühstücken. Das, was da wichtig ist bei der Antriebsstörung, auch die Situationen erklären, wann der Antrieb oder wie wichtig es ist, dass diese Antriebsstörung eben auch pflegerelevant ist. Mit diesen ganzen Minutenwerten, die das auch braucht, wenn ich einen Patienten fünfmal ansprechen muss, bis er gewillt ist oder bis er den Impuls dann hat, auch aufzustehen und bei bestimmten pflegerischen Verrichtungen mitzumachen. Organisch-warnhafte Störungen gibt es auch. Stimmen hören, Beeinflussungsideen und eben dieses berühmte Misstrauen. Misstrauen kann auch sein, machst du das richtig als Pflegeperson? Es können Nachfragen sein, die auch immer wieder erklärt werden müssen. Ganz wichtig ist auch diese Persönlichkeit- und Wesensänderung in fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung. Der Patient mit der Huntington-Erkrankung, der ändert sich nicht nur vom körperlichen Zustand her, der ändert auch seine Ursprungspersönlichkeit. Es kann zu einer Wesensänderung kommen. Die können eben kombiniert mit dieser organisch-affektiven Störung, die können sehr angrebsarm sein, die müssen zu allem mehr oder weniger gezwungen werden. Es kann aber auch sein, dass es da eben zu Impulskontrollstörungen kommt. Dass die ausflippen wegen irgendwas, was für den anderen gerade nicht nachvollziehbar ist. Oder das berühmte Rauchverhalten bei Huntington-Patienten, wenn die Zigarette nicht sofort und auf der Stelle und alle fünf Minuten gereicht wird. Weil es einfach gerade nicht geht, weil man gerade mit dem Kochen ist oder im Putzen oder im Staubsaugen. Und dann, wenn die Zigarette nicht sofort kommt, dann kann der Patient ärgerlich reagieren. Ich umschreibe es jetzt mal so. Es kann auch bis hin zu aggressiven Durchbrüchen kommen. Dann haben wir sehr, sehr häufig diese Hyperakusis. Das heißt, Patienten sind sehr lärmempfindlich, deswegen ziehen sie sich immer mehr zurück. Wir haben viele Patienten, die kommen zu uns mit diesen Ohrhörern, die bei Bauarbeitern, die mit Presslufthammern arbeiten. Also die setzen die auch nicht ab. Das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist relativ häufig bei Huntington-Patienten und darauf muss man auch Rücksicht nehmen. Und das sollte auch erwähnt werden, weil sich die Patienten dann immer mehr zurückziehen, was wieder Auswirkungen auf das ganze Familienleben hat. Dann ganz typisch ist die Gangstörung bei Huntington. Bitte auch beschreiben, unsicher, krippeln, breitbasisch, stockend, ob das Gehen überhaupt noch möglich ist mit einer oder zwei Hilfspersonen, mit Rollator oder nur mit Rollstuhl, ob diese Transferleistungen möglich sind oder nicht. Das hat alles Auswirkungen auf die Pflegeinstörung. Eben dazu gehört auch Gleichgewichtsstörungen, Schwindelgefühle. Was auch sehr pflegerelevant ist, ist diese Sprachstörung, die auch bei späteren Phasen der Erkrankung Auswirkungen hat, auf das Zusammenleben mit dem Patienten. Ein Beispiel, ich frage einen Patienten, willst du ein Brot oder eine Semmel zum Frühstück? Der Patient spricht undeutlich, ich frage nach, ich verstehe es noch nicht, ich frage nochmal. Und der Patient wird natürlich sauer, weil er nicht verstanden wird. Das ist ein sehr häufiges Thema bei uns. Und dann kann es in Kombination mit diesen Impulskontrollstörungen können dann auch sein, dass man dann eine gewischt kriegt, weil man es halt nicht verstanden hat. Da gibt es natürlich auch Hilfsmittel wie Zeigetafeln, was manchmal bei Patienten mit so einer Überbewegung auch schwierig ist. Es gibt auch Sprachcomputer und solche Dinge, die finden wir eigentlich nicht so geeignet sind bei handhändigen Patienten. Wenn die Sprache schon mal so schlecht verstanden wird, ist es meistens so, dass dieses Verständnis für so einen Sprachcomputer auch nicht mehr so 100%. Aber auch diese Sprachstörung ist alltagsrelevant. Die muss auch beobachtet werden. Bei jedem handhändigen Patienten ist es immer möglich, eine logopädische Zusatzbehandlung zu bekommen. Die Rezepte werden ausgestellt von jedem Psychiater, von Neurologen auch. Die Sprache sollte so lange wie möglich erhalten werden. Mit Training, mit allen möglichen Schichten. Man muss auch aufpassen auf diese sogenannte gepresste Atmung, dass beim Einatmen gesprochen wird, beim Ausatmen gesprochen wird, die Atmung so gepresst ist, dass man deswegen nichts versteht. Dann kann es auch sein, wenn solche Besonderheiten sind, dass man auch mit einer medikamentösen Unterstützung auch dadurch die Atmung, die Atemmuskulatur verbessert und dann vielleicht besser verstanden wird. Schluckstörungen ist auch ein großes Thema. Und die Schluckstörungen, wenn diagnostiziert sind, geben die eigentlich auch mit die meisten Minutenwerte bei den PdV-Sichtungen. Und zwar deswegen, weil wenn Schluckstörungen da sind, geht jeder Begutachter davon aus, dass das Verschlucken jederzeit möglich ist und dass die Nahrungsaufnahme überwacht werden muss. Das heißt, man sollte dabei sein, wenn der Patient ist, weil jederzeit eine Schluckstörung da sein kann. Man kann sich verschlucken. Man kann auch Erstickungsanfälle haben. Die Getränke sollten angedickt werden oder auch nicht. Das muss man dann auch gucken. Aber das gibt Minutenwerte, weil da die Pflegekraft gebunden ist. Das heißt, persönliche Anwesenheit des pflegenden Angehörigen ist hier wichtig. Und dann mache ich ein kleiner Schwenk eben auch zu dieser Ernährungsgeschichte an sich. Es sollen ja sehr, sehr viele Kalorien gegeben werden. Wenn man jetzt überlegt, Otto Normalverbraucher isst so ein kleiner Pudding in zwei Minuten, sagt, beim Patienten mit Huntington und mit Schluckstörungen kann das schon mal eine halbe Stunde dauern. Dann habe ich aber erst vielleicht 300 Kalorien drin. Und ich brauche vielleicht 3.000 oder 3.500 Kalorien. Von daher potenziert sich das Ganze dann auch. Und diese Schluckstörung sollte sinnigerweise auch ein Arzt diagnostiziert haben. Auch eventuell eine Logopädin, ein logopädisches Konzil. Wenn Sie sowieso bei einem Logopäden sind, sollte der auch ein kurzes Attest schreiben über den Schweregrad dieser Schluckstörung. Die Schluckstörung kann auch so sein, dass die Essens- oder Getränkegeschichten auch eingeatmet werden. Das kann dann wieder zu einer Lungenentzündung führen. Und es kann dazu führen, dass eben dann vielleicht irgendwann mal PEG-Sonde notwendig sein könnte oder nicht. Aber auch nur die Auswirkungen, Überwachung bei der Nahrungsaufnahme, um das Verschlucken zu verhindern, bringt schon Minutenwerte. Und wenn das Verschlucken dann passiert ist, was jederzeit ja auch sein kann, muss der Pflegende auch wieder gucken, wie ist es mit der Temperatur. Atmet er leichter, schwerer, ist ein Brodeln, das hört man ja dann manchmal, ist ein vermehrtes Husten da, muss ich die Temperatur messen, muss ich aufpassen, ob sich eine Lungenentzündung entwickelt oder sowas. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genau. Was sehr häufig ist, ist dieses starke Schwitzen, das viele herrnden Patienten haben. Auch das ist pflegerelevant, muss aber vom Arzt auch, es gibt ein Fachwort, wie heißt es, Hypertrosis, ist das Fachwort, da muss man auch berücksichtigen, dass die Patienten öfter am Tag umgezogen werden müssen, weil die das T-Shirt durchgeschwitzt haben. Was da dazu kommt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon drin habe, muss ich gucken, dass viele Patienten auch bei uns bei minus 10 Grad nur mit einem T-Shirt begleitet draußen sitzen und eine rauchen. Auch das kommt vor, aber das muss man überwachen, da muss man auch wieder gucken, weil auch ein Handhinkenpatient kann sich normal erkälten, auch wenn er glaubt, dass es jetzt gerade super warm ist und dass ein T-Shirt draußen zum Rauchen reicht. Das heißt dann wieder mehr Überwachung und das muss erwähnt werden. Dann die körperliche Unruhe, das ist ja eines der typischen Symptome der Handhinkenkrankheit, wo man halt gucken sollte, dass Abholsterungen notwendig werden, dass die Wohnraumanpassung da ist zum Thema Wohnraumanpassung. Das ist ja jetzt mittlerweile ein gut etabliertes Instrument auch mit den Pflegekassen, mit den zuständigen Landratsämtern. Da gibt es ja diese Stellen überall für die Wohnraumanpassung. Da muss man darauf achten, dass man nicht selber schon irgendwelche Dinge einbaut oder umbaut und später erst die Genehmigung einholt. Es muss so sein, dass man vorher, bevor man was plant und bevor man selber Geld in die Hand nimmt, vorher zu dieser Wohnraumanpassungsstelle geht. Das Ganze muss da angeguckt werden und dann kriegt man die Genehmigung und nur dann kriegt man das Geld auch für diese Wohnraumanpassung und ich glaube, das sind um die 4.000 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Aufpassen auch bei fortgeschrittenen Patienten, also bei Patienten in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung, kommt eine gewisse Steifigkeit auch. Da muss man aufpassen, dass man die Gelenke häufig bewegt, dass diese Kontrakturen gar nicht erst zustande kommen. Und hier gibt es auch immer Rezepte für diese Krankengymnastik und Physiotherapie. Immer. Und die können auch so ein kurzes Statement abgeben für die Pflegegradeinstufung, dass die Patienten zum Beispiel wegen der Steifigkeit mehr bewegt werden müssen, um eben diese Gefahr von Kontrakturen aufwenden zu können. Es gibt eine gewisse Spastik auch mit Verkrampfungen, geht in die Richtung Steifigkeit. Es gibt bei vielen Patienten auch diese epileptischen Anfälle, die nicht immer so, wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder so, so große Anfälle mit Schaum vorm Mund oder sowas sein können, sondern auch diese sogenannten Absenzen oder ganz kurzen Anfällen, aber auch zu Muskelzuckungen in allen Bereichen. Auch das kann auf epileptische Anfälle hindeuten, die man auch dann natürlich mehr beobachten muss und deswegen auch wieder die Pflegeperson gebunden ist, damit nichts passiert. Was auch sehr häufig ist, sind diese Sensibilitätsstörungen bis hin zur Schmerzunempfindlichkeit. Patienten stoßen sich wegen der Überbewegung mal irgendwo an, merken das nicht, weil das Schmerzempfinden vermindert ist, bis gar nicht da ist. Wir hatten Patienten, die sind auf der Station hinkend rumgegangen und wenn man dann gesagt hat, ja tut Ihnen was weh, nö, ja warum gehen Sie dann so komisch, weiß ich auch nicht. Der Patient wird zum Röntgen geschickt und der Fuß war gebrochen und er hatte gesagt, keine Schmerzen. Was auch sein kann in diesem Zusammenhang, sind zum Beispiel Bauchschmerzen. Auch bei Handhinkenpatienten kommt es vor, dass mit diesem ganzen Wirrwarr der Zusammenarbeit bei kleineren Muskeln, es geht ja oben an bei der Schluckmuskulatur im Hals, es zieht sich durch bis zum Darm, sodass sein kann, dass die Darmtätigkeit nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Eben da gibt das Problem, hatten auch wir einige Male tatsächlich während des stationären Aufenthalts, dass Patienten einen Darmverschluss hatten, aber immer gesagt haben, ich war auf der Toilette und ich habe keine Bauchschmerzen. Irgendwann war der Bauch dann gebläht und dann haben wir gedacht, nein, irgendwas stimmt jetzt nicht und dann hatten die tatsächlich einen Darmverschluss, aber ohne Bauchschmerzen. Und das ist was, wo man als Pflegeperson auch immer drauf achten sollte, dass diese regelmäßige Stuhlgang-Geschichte auch gut funktioniert, weil das Auswirkungen haben kann. Auch das mit diesen Wunden, die Sonnen näht, jetzt habe ich mir den Arm angehauen, da an irgendeiner Türklinke beispielsweise. Muss man immer wieder gucken, ist alles noch intakt, ist die Haut intakt, muss ich da ein Pflaster draufkleben, muss da der Arzt drüber schauen, ist es vielleicht eine Prellung, Verstauchung oder sonst irgendwas. Auch das gibt Minutenwerte, wenn es diagnostiziert ist, wenn diese pflegebegründende Diagnose drinsteht und vom Arzt abgezeichnet ist. Parallel dazu gibt es auch dieses übermäßige Schmerzempfinden, was genauso problematisch ist, wie das, wenn man keine Schmerzen hat. Die Patienten beschreiben Schmerzen überall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich. Wir kriegen von ganz, ganz vielen Ärzten dann auch natürlich als Hilflosigkeit Schmerzmittel rezeptiert, die aber in der Regel nichts oder wenig helfen. Wir kriegen Patienten mit Morphium, Tilidin, Dosen ohne Ende und die haben trotzdem Schmerzen. Was da die Krux an der Sache ist, dass auch bei Patienten mit übermäßigen Schmerzempfinden tatsächlich mal was sein kann. Die können drei Jahre lang sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, dann kriegt man es dreimal oder fünfmal oder zehnmal zum Arzt und da ist nichts. Und beim elften Mal, wenn sie sagen, ich habe Bauchschmerzen, dann ist tatsächlich was. Das heißt, auch da muss man gucken. Sehr häufig ist auch dieser permanente Drang, zur Toilette zu gehen. Dass diese ganzen Geschichten innerhalb des Körpers, die für die meisten Menschen ein selbstverständlicher Ablauf sind, nicht mehr funktionieren. Sehr häufig ist es sogar in frühen Phasen der Erkrankung, dass Patienten permanent zur Toilette gehen, damit nichts in die Hose geht. Teilweise alle zehn Minuten. Wir haben Patienten gehabt, die waren nicht im Gang, die waren nicht in der Therapie, die waren nicht beim Arzt, die waren nicht im Zimmer, sondern waren am Klo und zwar teilweise zehn Stunden pro Tag. Da hat man schon gewusst, sucht man den Herrn sowieso, ja, der ist wieder am Klo. In diesen Phasenerkrankungen, die Angst vor der Inkontinenz ist sehr, sehr groß, weil das dann auch wieder heißt, ich brauche mehr Hilfe und was für die Patienten auch heißt, ich bin wieder ein Stück weiter in der nächsten Phase der Erkrankung. Das wollen die natürlich verhindern. Leider kommt es auch sehr häufig vor, dass Patienten dann zu wenig trinken, um zu vermeiden, dass sie auf die Toilette gehen oder um zu vermeiden, dass was in die Hose geht. Und da muss man genauso aufpassen, dass eben diese Trinkmenge auch passt. Sehr häufig ist auch diese hohe Abhängigkeit von Pflegepersonen. Die Patienten gehen überall hin mit. Also ich habe Beschreibungen gehört von Frauen, die sagen, wenn ich Staubsauger in der Wohnung, mein Mann ist einen Schritt hinter mir. Wenn ich auf die Toilette gehe, ich muss die Tür auflassen, weil mein Mann in der Tür steht und wissen will, wo ich gerade bin. Das muss auch erwähnt werden, weil das natürlich Auswirkungen auf den Alltag hat. Schwierig. Irgendwann muss man mal zum Einkaufen, irgendwann hat man mal selber einen Arzttermin oder man geht bloß mal fünf Minuten in den Garten und dann ist der Patient da und in späteren Phasen der Erkrankung kann es dann auch zu aggressiven Durchbrüchen kommen. Du warst ja nicht da. Oder zu Schreiphasen, Hilfe, 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 kennen wir auch alle. Inkontinenz ist auch ein Thema. Hauen- und Stuhlinkontinent sollte auch als pflegebegründende Diagnose drinstehen, aber dann auch kombiniert mit diesen Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel bei der Versorgung auch während, dass er sich das Inkontinenzmaterial wieder rausreißt, wie auch immer, dass die Compliance auch nicht so toll ist. Muss man dann auch beschreiben. Zusätzlich gibt es dann die somatischen Diagnosen, weil auch ein Handchenkumpatient kann zum Beispiel einen Bluthochdruck haben. Bluthochdruck alleine ist keine pflegebegründende Diagnose, genauso wie Diabetes im Zusammenhang, aber mit kognitiven Beeinträchtigungen schon, weil diese Überwachung ja da sein muss. Die Medikationsgabe muss gewährleistet sein. Auch zum Beispiel immer beschreiben, dass der Patient, was weiß ich, sich vor zwei Jahren nach dem Sturz die Schulter gebrochen hat und deswegen jetzt noch ein Schwächegefühl da sein kann. in dieser Hand, was wieder dazu führt, dass die Pflegeperson das wissen muss, dass die Pflegeperson dann zum Beispiel auf der anderen Seite dem Patienten hochhilft und nicht auf der Seite, wo die Schulter dann kaputt ist. Genau. Allgemein, aber das sind eigentlich so Basics gewesen, ich glaube, jetzt muss man so, alle Punkte bei der Pflegebegutachtung sind immer unterteilt in selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig und unselbstständig. Das sind die Kreuzel-Geschichten, die dann immer bei diesen Anträgen auch schon drin stehen, wo man Kreuzel machen muss. Auch genau überlegen, wo man dieses Kreuzel sieht. Es ist höchst, höchst unglaubwürdig, außer beim Patienten, der im Bett liegt, wenn immer unselbstständig. Also ein paar Punkte sollte man dann schon haben, wo man überwiegend unselbstständig oder vielleicht gelingt es ja auch, dem Patienten ein paar Dinge noch selber zu machen. Vielleicht ist es, die Tränke in die Hand zu nehmen oder vielleicht gibt es noch Ressourcen, dass der Patient selber noch ein paar Schritte gehen kann oder sowas. Ein bisschen mischen das Ganze und bei kognitiven Beeinträchtigungen muss man dann genau abwiegen, wo man welche Kreuze setzt und dann aber immer mit diesem Zusatzpunkt kognitive Beeinträchtigung deswegen überwiegend unselbstständig, weil der Patient Merkfähigkeitsstörungen hat und nicht mehr weiß, wenn ich sage, jetzt gehen wir zum Waschen, wir gehen zwei Schritte und das fragt er wieder, wo gehen wir denn jetzt hin. Jetzt habe ich nur ein Beispiel rausgenommen von diesen ganz vielen Beispielen bei diesen sogenannten sechs Modulen. Es ist ein einfaches Beispiel, aber eigentlich einfach zu verstehen und auch einfach umzusetzen, aber auch hier muss man diese ganzen Punkte auch berücksichtigen, was wieder dazu führt, dass die Pflegeperson dann auch gebunden ist. Zum Beispiel Waschen vorderer Oberkörper funktioniert oder funktioniert nicht, selbstständig oder unselbstständig. Zack, zack. Glaubt man. Ist nicht so. Bei einem handhändigen Patienten, je nach Stadium der Erkrankung, gibt es viele Punkte, die dazu führen, dass allein ein einziges Modul aufgedröselt werden könnte, jetzt in zwei Seiten. Muss der Patient aufgefordert werden? Muss er mehrfach aufgefordert werden? Versteht der Patient die Aufforderung? Versteht der Patient die Notwendigkeit, dass man jetzt überhaupt zum Waschen geht? Versteht der Patient die Abläufe, dass man halt anfängt, sich auszuziehen, damit man den Oberkörper dann abwaschen kann? Muss es ihm erklärt werden? Muss es ihm einmal oder öfter erklärt werden? Erkennt der Patient die Utensilien? Weiß der, was ein Waschlappen ist? Weiß der, was die Pflegeperson mit dem Waschlappen will? Weiß er, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Waschen vorderer Oberkörper versucht, dem Patienten selber noch zu überlassen? Wenn man ihm den Waschlappen über die Hand zieht, versteht er das noch, was er mit diesem Ding auch machen soll? Waschlappen, Seite, Zahnbürste, versteht er das alles? Muss die Pflegeperson dabei bleiben, auch wenn angekreuzt wird, überwiegend selbstständig? Warum muss die Pflegeperson dabei bleiben? Würde der Patient aufstehen? Würde er den Vorgang abbrechen? Würde er den Waschlappen in der Gegend rumschmeißen? Würde er sagen, ich habe keinen Bock mehr? Wichtig bleibt der Patient sitzen. Versteht er das, dass er sitzen bleiben muss? Ist eine körperliche Unruhe dabei? Rutscht der Patient aus dem Stuhl mit dieser körperlichen Unruhe? Brauche ich da bestimmte Vorrichtungen, damit der Patient überhaupt sitzen bleiben kann? Besteht eine innere Unruhe? Viele Patienten haben auch die Angewohnheit, sage ich jetzt einfach einmal, sich hinzusetzen, eine Minute zu sitzen, wieder aufzustehen, eine Runde zu drehen, sich woanders hinzusetzen und dann irgendwann wieder zu kommen. Auch das muss erwähnt werden. Und bei diesem Waschen vor der Oberkörper muss man auch gucken, sind Wundenhämatome da, Veränderungen der Haut. Auch Handhäuser könnten irgendwann einmal einen Hautkrebs kriegen, den man dann so auch eventuell sehen kann. Genau. So. Ich hoffe, also es ist nur ein Modul von was weiß ich, wie viele, aber allein dessen finde ich, zeigt schon, was für Dinge auch machbar sind in Beschreibungen für die Pflegebegutachtung. Ich sage erstmal, liebe Gabi, ganz herzlichen Dank für die, für diese Augenöffnung, was da alles wichtig ist von der Pflegeeinstufung, worauf man wirklich achten kann, was bei Handhängen ja vielfältig vorhanden ist, was man wirklich auch alles, alles angeht, um die Punkte rauszuholen, auch gerade, mit diesem Beispiel, gerade mit dem Modul. Ich glaube, da finden sich viele wieder und wissen sofort, ja, mache ich alles, aber daran denken und dann wirklich berücksichtigen bei der Einstufung, bei der Begründung. Es sind immer noch zwei Paar Schuhe, Nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern wirklich einbringen in diese Themen. Ja. Wir haben bisher gar keine Fragen, von daher bitte nutzen Sie alle... Wahrscheinlich habe ich zu viel gerät, um den ihr folgen müssen. Ja, das ist alles alles super aufbereitet hier, alles klar. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit rund um Thema Pflegeeinstufung und bisher sind keine Fragen da. Stellen Sie Ihre Fragen, was Ihnen unklar ist, was Sie wissen möchten, auch Beispiele, die Sie haben aus Ihrem Alltag. Nutzen Sie die Gelegenheit. Wir können am Ende noch mal die Fragen sammeln. Wenn jetzt keine kommen, würde ich einfach sagen, wir machen weiter mit dem Teil von Janett. Alles klar. Und dann kommen wir später zum Teil mit den Fragen und Beispielen noch am Ende dann noch mal. Ja, ja. Alles klar. Genau. Bitteschön. Genau, also mir ist bei der Gabi bei ihrem Vortrag noch ein bisschen was eingefallen, was ich dann da ergänzen werde, sozusagen. Ich habe jetzt nur Stichpunkte gemacht und werde dort praktisch noch was drumherum bauen. Genau, wir fangen an mit der Grundpflege, was ja meistens das größte Potenzial bietet, wo es zu Unstimmigkeiten kommt, weil ja der Patient meistens noch ganz viel selber machen will und manchmal aus Fürsorglichkeit mehrere abgenommen wird, wie nötig ist, sozusagen. Also wir schauen uns halt immer, wir schauen uns den Patienten halt immer genau an. Lass ihn erst einmal selber machen, weil der muss uns ja kennenlernen und wir müssen ihn kennenlernen. Und die Fassade ist ja meistens nach ein paar Tagen bröckelt es dann. Wenn die alle sagen, ich kann alles noch, ich weiß alles noch, nach ein paar Tagen sieht man dann, wo einfach die Defizite sind. Was halt immer wichtig ist, man muss klare Absprache treffen. Dann muss man zu den Absprachen, die man macht, auch verstehen. Es ist im häuslichen Bereich genauso wie im stationären Bereich. Man sollte doch nicht abweichen und dann doch nicht was anderes machen, wie eigentlich mit dem Patient besprochen ist. Oder wenn einem noch was auffällt, es halt dann noch mehr bespreche einfach. Genau alles, was man macht, genau erklären, warum man es macht, warum es notwendig ist. Einfach so diese Zwischentöne hören, gut zuhören, wenn derjenige was sagt. Genau, Vorliebenabfrage. Meistens kennt man ja seinen Partner oder sein Kind gut und was, dass es am Morgenmuffel ist. Da fängt man jetzt schon um sieben an mit aufstehend Frühstück, sondern da wartet man halt bis zehn oder es gibt erstes Frühstück und dann die Pflege. Man sollte halt alles bereitlegen, weil meistens muss es ja dann auch schnell gehen. Manchmal ist es ja bei den Handhängenpatienten so, dass die so nicht die Notwendigkeit sehen der Grundpflege, weil das schon noch passt. Man weist uns schon auch immer darauf hin und wir machen es halt so, es muss nicht jeden Tag von oben bis unten gewaschen werden, sondern da geht einmal die Katzenwäsche oder mal nur das Gesicht und der Intimbereich und die Hände. Einfach wenn man sagt, man macht zwei, drei Duschtage in der Woche und das schriftlich festhält, ist das oft so Richtwert für die Leute, die sich darauf verlassen können, dass wir uns sozusagen danach richten und die sich selber sicher sind, dass wir uns das auch wirklich zu Herzen nehmen alles. Genau. Die Mundpflege, ja das ist auch so was, das kommt oft so ins Hintertreffen, das Zähneputzen ist nicht gar so wichtig, da weisen wir immer drauf hin. Oft sind elektrische Zahnbürsten doch super, wenn das mit der Motorik nicht mehr funktioniert, sodass die Selbstständigkeit ganz lange halten bleiben kann, sozusagen. Genau. Man muss halt, genau, ich gehe jetzt an, um diese Hypothrosis ein, dieses vermehrte Schwitzen. Da muss man die Leute halt wirklich häufiger umziehen. Das muss ja nicht die ganze Kleidung sein, oft reicht es nur ein leichtes Oberteil zu wechseln oder es muss dann auch nicht der Pullover sein, sondern es darf dann auch mal ein T-Shirt sein, wenn man nicht gerade immer draußen ist oder was er oft was bringt, ist mit Pfefferminztee abzuwaschen. Da schwitzen die Leute nicht mehr gar so stark. Genau. Weil das ist natürlich auf die körperlichen Symptome, müssen wir ja reagieren, die es gibt, einfach diese motorische Unruhe, weil das sind so Antirutschmatten nicht schlecht, ein Duschstuhl, das muss jetzt auch nicht unbedingt ein medizinischer Duschstuhl sein, weil das heißt ja schon immer dann wieder, dass man hilfebedürftig ist, sondern es tut da einen Hochlehner Gartenstuhl zu Hause. Wichtig ist, wenn es dann, wenn der Toilettenstuhl sein muss, dass er mit Armlehne ist, einfach, dass man nicht zeitlich runterkippt. Der Wannenlifter ist oft praktischer, da gibt es verschiedene Modelle wie diese Lifter sozusagen. Genau, was habe ich denn da? Genau, die Sitzdusche, es gibt da für zu Hause Sitzduschen, wenn man sowieso am Umbauen ist, ist das vielleicht auch gut die Alternative. Also wir haben auf Station eine Sitzdusche, eine normale Wanne sozusagen und eine normale Dusche und da muss man halt schauen, was ist das Bessere. Genau, oft ist es notwendig, dass man die Wände ein bisschen abpolstert durch die motorische Unruhe, aber da muss es nicht gleich die professionelle, teure Abpolsterung sein, sondern das kann ja mal auch eine Luftmatratze sein, die man auch einfach aufbläst und an die Wand stellt, wenn man sozusagen jemand in der Badewanne liege hat. Genau. Das sind die Fragen, sollen wir die gleich beantworten oder machen wir das später? Mach erst mal weiter, Janett, und dann am Ende machen. Genau, also Sturz ist ja eins der häufigsten Zwischenfälle eben bei der Handdingerkrankung und da muss man immer erst die Ruhe bewahren. Das ist ja das, wo wir unser Personal immer schulen, zu sagen, die Bewegungsunruhe mag stark sein und das Gangbild schlecht, aber die handigen Patienten, die fangen sich ab, die wissen damit umzugehen. Natürlich kommt es immer wieder zu Sturz, ist eine Komplikation, aber man muss eigentlich immer die Ruhe wahren. Erst einmal gucken, steht derjenige wieder selber auf, nicht überreagieren. Oft ist es auch so, das haben wir oft im stationären Bereich, wenn die gerade so unruhig sind und so getrieben, dass man einfach so regelmäßige Ruhephasen einhalten muss oder sollte sich lieber mit dem mal hinsetzen oder mir zum Beispiel gehen dann ins Nusselnraum, ins Wasserbett. Genau, weil das kann nämlich dann, dass die Leute praktisch schief gehen oder nach vorne gebeugt oder dass dann irgendwann der Oberkörper schneller ist wie die Beine oder sie kippen noch hinten um und deswegen einfach sind diese Ruhepausen oder Ruhephasen einfach total wichtig. Sich mal mit dem wenig auf die Couch setzen, filmen gucken, wenn es möglich ist oder einfach nebenher laufen und denjenigen beruhigen, dann wird das auch schon besser. Genau, weil die Klassiker sind natürlich dann anzubieten, aber auch mit Rücksprache einfach mit dem Patienten selber, ob Ellenbogen und Knieschoner die Leute haben wollen. Mein Schutzhelm, die gibt es schon in verschiedenen Ausstattungen. Manche nehmen da sage, weil die Krankenkassen sie verschreiben kann, Schutzhelm, die sollen einen Fahrradhelm hernehmen. Aber dann gibt es immer noch eine Begründung für den richtigen Schutzhelm. Die ewig gepolstert sind, da gibt es mit Frontpolster, mit Rückpolster, dann gibt es richtige Polster, dann gibt es auch Stoff aus Leder. Da gibt es ganz, genau, mit Kinnenschutz, da gibt es ganz verschiedene Modelle und da berate mir auch dazu. Genau. Mein natürlich, so ein Pflegesessel ist gut mit hohen Seitenlehnen, das kann aber ein Kumulissessel sein. natürlich als Hilfsmittel, als erstes Mittel der Wahl ist dann der Rollator. Das muss man aber auch gut abwägen, weil manchmal kennen die Patienten diese Rollatoren nicht mehr richtig bedienen, nicht mehr richtig bremsen und dann ist das oft noch gefährlicher, wie wenn sie ohne laufen. Ein Rollstuhl ist natürlich ein Hilfsmittel, das man benutzen kann für weite Strecken, wenn man Ausflüge macht. wenn die Beine praktisch nicht mehr so mitspielen, dass man oft einknickt. Das ist ein Rollstuhl für eine kurze Strecke oder für eine gewisse Zeit nicht schlecht, wenn man das hat. Genau. Dann ist natürlich so ein Niedrigbett super, dass man einfach Höhen verstellen kann. Das kann natürlich an sich selber auch eine Sturzgefahr sein, wenn es zu niedrig ist und die Leute aus einem zu niedrigen Bett aufstehen müssen. Da muss man halt auch genau abwägen, wie man das einstellt, aber für die stark motorisch unruhigen, pflegebedürftigen Patienten ist das Niedrigbett eigentlich das Beste. Genau. Oder was viele Einrichtungen da haben und was man zu Hause machen kann, das sind Matratzenlager. Wir haben dort für unsere Schlafkabine sozusagen, das fast auf Bodenhöhe, auf einem gewissen Lattenrost liegt und abgepolsterte Seitenteile hat. Beim Matratzenlager zu Hause natürlich tut man auf allen Seiten sozusagen die an der Wand sind. Reicht es, wenn man Matratze hinstellt. Genau. Natürlich die Nobel-Ausführung so eines Matratzenlagers ist das Savi-Bett, das sozusagen wie ein normales Bett ist, mit etwas höheren Seitenteilen, die innen gepolstert sind. Das ist halt, das muss man abwägen, ob man sich das anschaffen möchte, weil das ist schon ein sehr teures Bett sozusagen und manchmal macht es die Leute ein bisschen Angst, weil die Wände so hoch sind und es doch durch die Polsterung ein bisschen enger ist. Also das muss man gut abwägen, wir auf Station haben eins und wir bieten es die Patienten noch an. Bevor ich jetzt weiter mache, es kam gerade eine Frage rein, dass die Seiten gerade noch stehen. Kannst du bitte noch was zu dem Kumulus-Sessel sagen? Ein Kumulus-Sessel, das ist eigentlich ein Fernsehsessel, wo man die Füße hochklappen kann oder elektrisch. Das ist ein Kumulus-Sessel. Ah, das ist, wir haben hier am Ort die Himola, Polsterer Firma und das ist der Kumulus-Sessel. Alles klar, okay, gut. Und in Ergänzung von mir die Frage, Savi-Bett, das ist so wie das ähnlich vergleichen wir das Handhinken-Bett. Ja, so ähnlich, genau, nur sind die Seitenteile höher. Die sind einen Meter hoch. Alles klar, danke dafür. Okay, dann können wir weitermachen. Genau, die Sprachstörung. Die Sprachstörung, es ist schwierig, wenn die Sprache halt schlechter wird. Man muss wirklich gucken, dass man genau hinhört und dass man ehrlich sein muss, wenn man es nicht versteht. Ja, und mir sage dann, immer gibt es ein anderes Wort dafür. Einfach dazu anregen. Wir haben ja ganz viele Patienten, die sind da wirklich sehr geduldig mit uns. Die Angehörigen haben da meist den Vorteil, dass sie sehr wohl wissen, was derjenige möchte. Wenn er gewisse Worte verwendet, da brauchen wir immer ein bisschen dafür, bis wir das dann rausfinden und nehmen immer die Anregungen der Angehörigen an. Genau, dann müssen wir halt immer auf Gestik und Mimik achten. Da kann man auch da schon ganz viel ablesen. Oder zum Beispiel geschlossene Fragen stellen, die es einfach mit Ja und Nein beantworten können oder mit Hand heben oder mit Kopf schütteln. So Sache. Genau. Weil dann haben wir auch wie die Gabi vorhin gesagt, diese klassische Zeigetafel, die haben wir schon so zu sehr teilweise getunt mit Fotos, dass man eigentlich von bestimmten Aktionen Fotos gemacht hat, die der Patient immer tut und er dann auch einfach gezeigt hat, zum Beispiel, es ist die Zigarette oder es ist jetzt die Forti-Creme oder das Mittagessen. Da kann man ganz variabel das machen für sich zu Hause. Genau. Wenn das mit der Motorik noch gut funktioniert mit dem Schreiben, dann bringt das Aufschreiben oft was. Genau. Und auch die letzte Option ist halt wirklich dieser Sprachcomputer, weil das kann sein, dass das was Tolles ist und demjenigen wirklich hilft oder es hilft dabei, das Sprechen ganz zu verlernen. Da haben wir alles mehr. Ich habe einen jungen Mann, der hat zwar jetzt kein Huntington, sondern Neuroakantozytose, was ja fast genauso verläuft und dem, wenn der kommt, der weiß genau, dass er den bei uns nicht oft verwendet darf, weil der kann nämlich noch. Ist halt dann anstrengend, aber der Sprachcomputer ist so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Schluckstörungen. Das ist oft für die Angehörigen ein schwieriger Punkt und manchmal auch für die Pflegekräfte. Das muss man ehrlicherweise sagen, die noch nicht so lange dabei sind. Man muss sich, egal wie es verläuft, an den Willen des Patienten haltern. Und die Entscheidung muss man akzeptieren. Das geht nur, wenn man das schon im Vorhinein geklärt hat. Man soll sich frühzeitig darüber Gedanken machen, wie es denn laufen soll. Dann kann man in Absprache mit dem Patienten die Konsistenz der Nahrung anpassen. Wenn jetzt die Semmel nicht mehr funktioniert, darf es das Toastbrot sein oder zum Beispiel Milchbrötchen, sowas, oder dieses Sandwichbrot, was einfach total weich ist. Oder die Getränke ein bisschen andicken mit unserem Andickpulver. Das gibt es ja auch von verschiedenen Firmen. Und was man allerdings überhaupt nicht andicken kann, das ist Fresubin. Das kann man gar nicht andicken mit den Pulver. Da muss man halt dann umsteigen aufs Juicy, auf die bei den nährstoffreichen Getränken. Genau. Was wir hier haben, da arbeitet praktisch die Küche mit einem Großkonzern zusammen, also große Brotkette, die tun praktisch gefroren dieses Dysphagiebrot anbieten. So wie, wer ist es da, die Firma, ja diese Schaumfkost macht, die bietet es ja auch an, dass man das selber weckt. Die haben es halt schon, unsere Firma, also unsere Küche, die kauft es von der Firma schon fertig. Das wird praktisch im gefrorenen Zustand gestrichen mit dem, was man möchte und dann zerschmilzt es im Mund. Das ist auch sehr gut. Genau. Dann muss man halt gucken, ganz wichtig, bei uns kommt immer der Fernseher aus, das finden die Patienten immer nicht so toll, aber kein Radio, kein Fernseher und es gibt keine Diskussion beim Essen bei uns. Also man klärt vorher ab, wie läuft es, wie machen wir es, braucht jemand Hilfe, braucht er keine Hilfe, will er es erst einmal probieren, soll einfach jemand da sitzen und dann ist Essenszeit. Und da, es geht einfach nicht, sprechen und essen zusammen, das funktioniert einfach nicht mehr. Das muss man so sagen und da ist die ruhige Umgebung wirklich Gold wert. Dann muss man eher Zeit lassen. Oft brauchen es ganz lange, gerade wenn es steifer sind, bis die Gabel im Mund ist. Aber wir haben teilweise Patienten, die brauchen 45 Minuten zum Mittagessen. Da muss man einfach Geduld haben, da muss man daneben sitzen und oft ist es ja so, dass die Patienten dann den ganzen Tag eigentlich mit Essen beschäftigt sind, weil sie halt einfach die Kalorien zu sich nehmen müssen. Aber da muss man Geduld haben. Nicht zu viel abnehmen gleich, weil das macht auch wieder nur, dass es halt schneller geht, bis die Leute nicht mehr selbstständig sind. und es ist auch total egal, wie es rundum ausschaut, gerade bei der motorischen Unruhe, das kann man alles wegwischen und dann schaut es aus wie vorher. Aber die Leute haben es selber gegessen und das ist wichtig. Genau. Hochlehner, genau, wir haben so Stühle, die haben eine höhere Lehne, die sind dann deutlich schwerer wegen der motorischen Unruhe, dass sie ja nicht zurückfallen, sozusagen beim Essen, sondern dass sie aufrecht sitzen. Je weiter man liegt oder sie so zusammengekrümmt im Handigenstuhl, desto schlechter geht es schlucken und desto schneller verschluckt man sich. Beziehungsweise merkt man nicht, wenn doch mal was in die Luftröhre kommt anstatt in die Speiseröhre. Genau. Wir haben noch die Schaumkost, sozusagen, also das ist von Biozone, genau, das ist die Firma, die das Bruder anbieten. Die haben sozusagen so Molekularküche und da haben wir das da, wo man praktisch für die Leute mit PEG, die nicht mehr schlucken können, sozusagen einen Geschmacksschaum machen kann oder man kann praktisch so eine Art Schaumdessert machen aus eben Juicy oder Obstsäften oder Gemüsesäften oder Suppen. Das sieht dann aus wie Pudding, genau, oder so ein Mousse au Chocolat, so in der Konsistenz ist das dann. Das ist auch nicht schlecht, das macht man mit so einem Gerät, wie man auch die Sahne schlägt. Genau. Ja gut, dann das Thema PEG ist immer Thema bei den handdenkenden Patienten. Auch da ist im Vorhinein schon total praktisch, wenn man sich schon klar ist, möchte man das, möchte man das nicht. Oft gibt es, gerade wenn es so weit ist, dass das Schlucken nicht mehr richtig funktioniert, entscheiden sich manche dann doch für die PEG, obwohl sie in der Patientenverfügung verfügt haben, dass sie keine möchte. Dann muss man das eben nochmal genauer betrachten und dann ist es auch möglich. Es ist ja auch möglich, trotz PEG noch oral Nahrung zu sich zu nehmen. Einfach, wenn man die Menge nicht mehr oral schafft, ist die PEG oft eine Unterstützung. Sozusagen. Und es muss immer da in der Absprache mit dem Patienten sein. Ich bleibe nochmal kurz, einmal im Moment auf dieser Seite stehen. Es gibt noch eine Verständnisfrage von Matthias Dose. Kannst du bitte nochmal wiederholen, das Andicken von dem hochkalorischen Frisobin, was war da der Punkt? Ah ja, das lässt sich, warum auch immer, lässt sich das nicht andicken, das klumpt. Und somit muss man dann, wenn, muss man da Alternative finden. Dann dafür, das ist aber ganz wichtig, weil die Klumpen führen dann auch, wenn man das dann so klumpig trinkt, oder das, das kriegt eine ganz so komische Konsistenz, dann führt es auch zu verschlucken, weil diese Grieselkörner da drin sind. Und es reizt hinten und dann kommt es zu verschlucken und husten. Okay. Genau, weil das geht nicht, aber komischerweise in dem Schaumkostgerät, da geht es. Alles klar, prima, danke für die Erklärung. Dann machen wir weiter. Verhaltensauffälligkeiten. Ja, momentan ist es, also ist es sehr oft, dass man Patienten mit Verhaltensauffälligkeiten kriegt. Das heißt denn, dass es nur eine kleine Impulskontrollstörung ist oder schon eher ein großes Problem mit Aggressionen gibt. Es ist ganz wichtig, also wir arbeiten einfach mit klaren Absprachen und klaren Ansagen, die muss man zu Hause machen. Das ist ja oft, wo die Angehörigen dann sagen, das kann ich nicht. Und das ist das, wenn man von seinen klaren Absprachen zurücktritt, dann sieht derjenige, ja, ich komme, egal wie, komme ich doch an meinen Willen sozusagen. Wir machen halt dann öfters schriftliche Verträge mit den Patienten, zum Beispiel mit einem Zigarettenplan, weil das Rauchen ja oft ein Problem ist. Gerade haben wir momentan einen Patienten, der kommt alle fünf Minuten. Sollte man mit dem Rauchen gehen und wenn man das nicht sofort tut, dann droht er halt und meistens, ja, oder manchmal hat dann schon jemand Respekt und gibt ihm dann eine, aber das ist was, das bringt nichts, weil somit lernt derjenige, wenn ich dann androhe, sozusagen demjenigen was zu tun, dann kriege ich, was ich will. Genau, das ist der Wege, wir machen also Verhaltenspläne oder Tagesstrukturpläne, das hilft den Patienten auch, dass sie genau wissen, wie der Tag so läuft, also mit sämtlichen Therapien, mit Aufgaben auf Stationen und da können die sich dann auch darauf einlassen und dann wissen die aber, was zu tun ist und das bringt aber auch Sicherheit für die Patienten, wenn die einfach wissen, es gibt eine klare Struktur. Oft bringt es was, wenn man das Verhalten spiegelt, gerade wenn es darum geht, dass man was angedroht kriegt, zu sagen, hast du jetzt schon verstanden, was du mir eigentlich gesagt hast, ich habe das so verstanden, ist das dein Ernst? Dann merken die oft, oh, eigentlich wollte ich das gar nicht und meistens entschuldige sich die Leute dann auch dafür, gerade wenn es gerade so rausgebrochen ist aus einer. Genau, oft bringt es was, wenn man aus der Streitsituation einfach rausgeht, sich beide Parteien fünf Minuten Auszeit gibt und dann noch einmal ins Gespräch geht. Genau, oft gibt es ja diese Wahnhaftigkeiten, dass jemand denkt, der Partner geht fremd oder man will einem gerade was Böses oder man will, so Vergiftungsideen gibt es ja oft, gerade mit Medikamenten, da einfach nicht darauf einsteigen, weil das führt zu Diskussionen, die nehmen kein Ende. Man soll den Patienten schon sagen, wenn man Angst hat, also gerade wenn das eine bedrohliche Situation wird, dass jemand laut wird oder wenn man schon mal angefasst wurde sozusagen, zu sagen, dass es wehgetan hat und dass das eigentlich nicht toll ist. Genau. Man soll sich selber manchmal Auszeit nehmen. Das ist ja oft so, wenn man genervt ist dann von der Situation und das ist immer wieder und immer wieder dasselbe. Dann soll man sich einfach einmal eine Auszeit nehmen, schauen, dass man, dass vielleicht von den Kindern jemand schaut oder ein Nachbar mal schaut und dass man einfach mal rausgehen kann, mal einkaufen gehen kann, mal zum Friseur, mal, ja, einfach mal einen Kaffee dringend gehen kann. Das bringt ganz viel Entzerrung in solche Situationen. Genau, das ist mit der Verhinderungspflege. Genau, das bringt oft viel und dass man das auch nutzt, auch gerade so, dass die Partner merken oder die Kinder, dass das ganz praktisch ist, wenn man sich mal von jemand anderem versorgen lassen muss, einfach, weil man kann ja immer wegfallen. Das ist dieser Plan B, den wir immer empfehlen, schon zu nehmen, weil was ist, wenn ich nicht mehr kann, wer macht es dann? Und somit lernen, das Lernen ist zwar jetzt ein blödes Wort, aber so lernt man, sich von anderen Leuten versorgen zu lassen. Genau. Manchmal gibt es ja für der Zuhause auch Bedarfsmedikation und viele scheuen sich, die anzuwenden, aber man soll das machen, wenn man schon sieht, dass die Situation immer wieder kommt, dann soll man schon rechtzeitig das probieren und dann kann man die Medikation auch anpassen. Genau. Ich glaube, das war es, das war die letzte Folie, oder? Jawohl, dein Thema ist auch durch. Dankeschön, Jeanette, für deinen Input. Genau, das war es von dem Vortrag. Ich glaube, ich habe noch mal eine Ergänzung zur Diskussion mit dem Anbicken des hochpatrofischen Frisobin. Der Uwe hat darauf hingewiesen, er gibt die Empfehlung, es gibt Frisobin, Dysfargo, das sei bereits angedickt. Okay, gleich mal aufschreiben, genau. Danke für den Tipp. Gut zu wissen. Prima. Muss ich auf die Fragen klicken, oder klickst du da? Das mache ich jetzt, genau, muss ich auch aufmachen, genau, ich beende mal das präsentieren. Also, erst mal vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben noch jede Menge Zeit für Fragen, stellen Sie uns diese. Bisher kam von Bernhard, woher bitte die Gabi, in die Gabis Richtung, da ist sie, genau. Wieder da? Genau. Der Bernhard will wissen, wenn man eine Pflegeeinstufung erhalten hat, wird diese vom MDK wiederholt, wenn man sie bestätigt, und wenn ja, in welchem Zeitraum? Der MDK macht ja die Begutachtung, die Pflegekasse übernimmt es dann, diese MDK-Begutachtung, wird an die Pflege, das Ergebnis der MDK-Begutachtung, wird an die Pflegekasse übermittelt, und von der Pflegekasse gibt es dann die Bestätigung dieses Pflegegrades, das der MDK gemacht hat. Der MDK ist der medizinische Dienst der Krankenkasse, der beauftragt wird von der Pflegekasse. Ansonsten macht der nicht, der erstellt keine, was weiß ich, irgendwelche Geschichten, sondern der macht nur die Begutachtung mit diesen berühmten, ist dann mittlerweile, glaube ich, an die 35 Seiten oder so was, die der Klient oder der Patient auch selber kriegt. Diesen Bericht kriegt auch die Pflegekasse, und von der kommt dann diese Pflegeeingraduierung, wie auch immer das jetzt heißt. Ich finde die Frage, die Einstufung in sich ist ja nicht zeitlich befristet gültig, sondern ab dem Moment gültig. Und dann, wenn ich eine Verrechterung feststelle, dann nach Zeit X beantrage ich selber eine neue Begutachtung. Genau. Es gibt keine Kontrollen. Es gibt keine, genau, nicht zeitlich befristet, es gibt auch keine Kontrolle von deren Seite aus. Nein, es gibt Kontrollen durch die Pflegekasse, so alle halbe Jahr oder so was, wird ein pflegender Angehöriger nicht kontrolliert, sondern der kriegt Besuch von der Pflegekasse, nur um nachzusehen, ob es den pflegenden Angehörigen erstens noch gibt, und zweitens, ob der gut gepflegt ist, oder ob es Unterstützung braucht. Und es ist dann auch immer so, wenn so Seminare angeboten werden für pflegende Angehörige, sollte man sie auch mal angucken, mal in Anspruch nehmen, auch wenn jetzt viele Dinge mehr auf so körperlich pflegebedürftige abgestellt sind. Ich glaube sogar, dass die mittlerweile fast vorgeschrieben sind zu Schulungen, dass man die auch machen sollte, und dann kann man sagen, ich bin geschult, ich weiß, was los ist, und diese Erhöhungen kann man immer stellen. Es kann immer irgendein Zwischenfall sein, es kann eine Operation sein, oder sonst irgendwas. Das Wichtigste daran ist, dass diese eine Stufung ja auf Dauer angelegt ist, zunächst mal. Und wichtig ist es auch, bei der Handhinkernerkrankung darauf hinzuweisen, dass es auch mal stufenartig abwärts gehen kann, und dann wieder so ein Plateau sein kann, und es geht dauerhaft abwärts, je nachdem, in welchem Zeitraum auch. Also es ist auch möglich, dass zum Beispiel, was weiß ich, nach einer Lungenentzündung, zuerst hat der Patient Pflegegrad drei, und dass dann, wenn eine Lungenentzündung da ist, ein körperlicher Schwächezustand da ist, der von den Ärzten auch wieder als dauerhaft angesehen wird. Dauerhaft ist länger als sechs Monate, und dann kann ich auch noch drei Monate schon wieder verhöhnen. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, wurde gut erklärt. Dankeschön. Der Hinweis auf die Befristung, das haben wir jetzt auch gerade verstanden. Sehr gut, danke. Okay, bis aktuell haben wir keine Fragen. Nutzen Sie gerne den F&A-Knopf, schreiben Sie uns Ihre Fragen rund um Thema Pflege. Die Gabi kann noch viel mehr, die kann auch was mit Schwerbehindertenausweis, die kann auch noch mit Berentung, jetzt machen wir noch ein extra Thema mal. Du hast ja unsere Visitenkarten, oder? Die kommen auch gleich, kann ich gleich mal zeigen. Und wir sagen halt immer, es können jederzeit Angehörige bei uns anrufen. Sei es denn, dass sie einfach nur ein Ohr brauchen, damit jemand zuhört, oder dass man alles richtig macht, oder sich auch einfach Ratschläge holt. Da sind wir jederzeit bereit, da, ja, unseren Mann zu stehen, sozusagen, oder unsere Frau zu unterstützen, genau. Weil das oft viel mehr bringt. Ja, klar, aber wenn es jetzt zu kompliziert wird heute, das kann man nicht leistet an der Stelle, individuelle Beratung nicht. Eine Frage, die ich mir noch auf der Zunge. Pflegestufe erstmalig beantragen, was ist denn da ein guter Zeitpunkt? Ab wann könnte es sich lohnen, den Antrag mal zu stellen? Also, wie ich zuerst gesagt habe, wichtig ist es, dass der Arzt auch dahintersteht mit seinen ganzen pflegebegründenden Diagnosen. Weil es kann durchaus sein, wenn man nur in Anführungszeichen im Anfangsstadium der Erkrankung ist und das halt gerade praktisch wäre, wenn man ein bisschen Geld hätte, kann man alles machen, aber mit dem Arzt absprechen und sagen, welche Diagnosen hast du, um das auch zu füttern, diesen Antrag. Alles klar. zu füllen. Es kommen gerade keine Fragen, doch, es ist halt einfach eine Frage gerade. Ah, okay, das hat man, geht in Richtung Corona. Wie Jeanette möchte wissen, werden die telefonischen Gebutachten, die in der Corona-Zeit gemacht werden, in Zukunft zu Hause überprüft? Das ist noch nicht so ganz raus. Es war die Idee mal, dass das sogenannte vorläufige Eingruppierungen sein könnten und dann, wenn Corona abklingt, immer wieder mal war die Idee, das zu überprüfen. Im Moment denkt da gar keiner mehr an irgendwas, weil die Corona-Zahlen so in die Höhe gehen. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es einen Gutachter gibt, der fünf Leute pro Tag begutachtet mit sämtlichen Hygiene-Vorschriften. Glaube ich nicht, aber da wird es auch wieder Richtlinien geben. Im Moment ist die Politik hing da ein bisschen hinterher. Danke dafür. Dann kommt von Petra die Frage, Kontrolle durch die Pflegekasse, entspricht das dem Beratungseinsatz durch einen Pflegedienst? Nein. 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 Sagst du noch was von dem einen zu dem anderen? Ja, entspricht es nicht. Ein Beratungseinsatz durch einen Pflegedienst dient der Unterstützung des Pflegenden in bestimmten Fragen oder in bestimmten Tätigkeiten. Also wir hatten hier auch eine Mitarbeiterin, die auch bei der Pflegekasse mitgearbeitet hat, die dann auch diese Beratungstätigkeit übernommen hat. Die kommen hin und bieten Unterstützung an oder kommen auf Aufforderungen her. Und dann kann es sein, dass es Tipps gibt, wie zum Beispiel beim Transfer, welche Handgriffe wären da jetzt gut. Diese andere Geschichte, Kontrolle ist was ganz was anderes. Die kommen und schauen, ist die Pflegeperson da? Ist der Patient gepflegt? Ist der verwahrlost? Wie wird das Geld auch eingesetzt? Und da kann es ja auch schon mal zu Dingen kommen, die nicht so schön sind. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Alles klar, danke für die Abgrenzung, für die Erklärung. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann zeige ich noch mal eure Kontaktdaten und noch anderes Infomaterial. Also jetzt solltet ihr eure Visitenkarten sehen. Ich kann ja mal rumdrehen noch mal. Also die Janett Klaas ist jetzt rechts im Bild. Das ist die Pflegeleitung und die Gabi Leute bei links sind. Die Taten sind quasi genau vertauscht. Andersrum, genau. Gabi Leithäuser, die Experten für sozialmedizinische Themen. Also die sind die Kontakte, die Unterlagen gibt es im Nachgang. Genau, dann habe ich noch mal Infomaterial bei Deutschen Handtinken Hilfe. Wir haben sozusagen Infoblätter, die kann man sich auch unserer Intenseite runterladen, kostenlos. Ich habe eins mal ergänzt, das Thema heute ist mir Thema Schluckstörung eingefallen. Ansonsten kann man sich auch alles andere angucken, was einem da ins Auge fällt. Sich mal angucken, runterladen. Ich mache ganz viel Werbung für den A- bis Z-Guide. Das ist das Kompendium von dem Arbeitskreis der Sozialarbeiter, wo die Gabi selber sehr aktiv mitgearbeitet hat. Da kann man alles von Arbeitskreis bis Z-Zuzahlungen nachlesen und findet auch weitere Informationen. Hinweise dazu gibt es für DHH-Mitglieder für zwei Euro und kann man in Duisburg bestellen bei uns mit Mitgliedern die haben heute vielleicht auch Video später. Die kostet fünf Euro. Empfehle ich jedem, da mal reinzugucken, sich das Buch zu besorgen. Ist sehr, sehr wertvoll. Was wir auch haben, das passt jetzt mehr in das Thema von der Janett hinein. Das ist jetzt zu Hause. Auch mal ein bisschen sich aus der Helfer als Pflegenden Angehörigen zu reflektieren, was kann man tun. Da passt sehr gut unser Leitfaden für die handländigen Familien. Den gibt es auch bei uns in Duisburg zu bestellen. Der nächste, an dem Arbeiten war intensiv und der Plan ist noch, dass er dieses Jahr wirklich in Druck kommt. Das ist das Buch zum Handtinken im mittleren und späten Stadium. Da arbeiten wir dran, dass es noch dieses Jahr auf den Markt kommt und verfügbar sein wird. Das gibt es von uns. Unsere Ansprechpartner. Unsere Beratungsstelle in Duisburg ist Montag, besonderstags erreichbar. Die Landesverbände sind für Sie ansprechbar. Die haben konkrete Ansprechpartner auch für junge Leute und auch die Gruppentreffen finden unter Corona-Bedingungen mal in der Zeit mal nicht statt, weniger statt, mal in größeren Räumen statt. Wenn Sie da ein Interesse haben, einen regionalen Austausch, wählen Sie sich am besten bei den Gruppenleiterinnen. Die geben Informationen, wie die Treffen aktuell stattfinden. Beispiel in Stuttgart wäre es so, man kann nur eine geringere Personenzahl zulassen, aber es erfährt man alles dort bei den regionalen Ansprechpartnern. Weitere Online-Angebote. Wir haben noch nichts konkret geplant als nächstes Online-Seminar. Wir sind offen für weitere Vorschläge für Referenten und Themen. Ich habe auch eine eigene Liste. Gestern kam das Thema Ergotherapie. Kann ich mir auch gut vorstellen. Nennen Sie uns einfach Vorschläge. Dann werden wir das auf der Wettbewerse koordinieren und dazu einladen. Die Termine gibt es auf unserer Internetseite. Bzw. Mitglieder können das im Newsletter lesen von uns. All die Unterlagen, Aufzeichnungen gibt es dann wie gewohnt verlinkt auf unserer Internetseite. Darüber hinaus machen wir Online-Treffen für Angehörige immer am ersten Freitag im Monat oder auch für junge Leute jeden zweiten Sonntag. Dann weise ich gerne darauf hin. Es gibt auch einen Podcast von der Alina. Da kann man sich anhören die Sichtweise einer jungen Frau, einer Genträgerin, die da Einblicke in ihr Leben gibt. Das war es von meiner Seite zu den Inhalten heute. Jetzt ist doch noch was gekommen bei Fragen, Antworten. Ah, okay, jetzt haben wir schon die vielen Dank für die ausführliche Informationen zur Pflegeeinstufung und heutige Pflege. Bedanken sich Svante und Martin. Ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldung. Und dann nochmal von Bernhard ein Prima. Beide Referenten sind sehr kompetent, haben keine Fragen offen gelassen. Toll erklärt. Rede und Beschuldigtheit konnte man gut folgen. Ansonsten kann man es anrufen. Sonntag, wunderbar. Das ist prima. Auch nochmal ein Dankeschön von Carmen an Gabi und Janett. Vielen Dank. Genau. Handtinken und Zahngesundheit. Ja, genau. Das hatten wir auch gestern schon zum Teil. Auch das Thema Zahnpflege kam auch ein Online-Seminar zum Thema Ernährung kam das schon mal raus. Wir haben auch eine neue Broschüre, die erscheint nächste Woche. Mundpflege bei der Handtinken-Krankheit kann man sich auch nächste Woche bestellen. Super. Prima. Vielen Dank für all Ihre Rückmeldungen. Die Kontaktdaten, die kann ich, die Unterlage kommt. Da sind die Kontaktdaten mit drin. Die schicke ich, sobald wir fertig sind, werde ich die Kontaktdaten gleich und die Unterlage hochladen. Dann haben Sie die alle. Kommt. Super. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Danke für eure Bereitschaft, fürs Mitmachen mit diesem Online-Seminar. Ja, nee. Immer wieder gern. Prima. Ich überlege mir neue Themen auch für euch vielleicht mal. Ja, ja, ja. Gabi kann zu viel von daher. Also in die Runde, einen schönen Sonntag. Bleiben Sie alle gesund, so gut wie möglich und lasse ich es gut gehen. Bis bald hin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.